Das musst du mal erlebt haben, was der Kerl macht oder die Frau. Super. So, dann hat dein Wort Gewicht und die Leute sagen, okay, dann ruf ich an. Das musst du dir aber arbeiten. Das dauert Jahre, um sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Was viele denn checken. Interessier dich doch mal für die Menschen. Mach dir doch mal Gedanken. Was sind denn seine Bedürfnisse? Sehnsüchte? Was macht er gern? Was tut er gern? Hat er Kinder? Hat er Hunde? Egal was. Einfach mal kurz den Vertrauensvorsprung einsohlen. Hey, passt das so? Kann ich mir den Kontakt aufnehmen? Nicht nur, ich ziehe mir Kontakt nicht, ich ziehe mir fett Kohle und halte dich aber nicht auf dem Laune. Hallo lieber Maik. Zu einer neuen Folge hier, nicht labern machen, die Direktkontakte. Wie fühlst du dich die Tage? Gut. Echt gut. Ich fühle mich mega dankbar. Ja, sehr dankbar für alles, was gerade geschieht, für alles, was gerade kommt, für viele, viele Neuerungen hier im Unternehmen, für den Aufbau, für das Wachstum, für alles, für die tollen Erkenntnisse, für die Feedbacks. Du weißt ja sowieso, ich bin ein sehr dankbarer Mensch und bin einfach sehr, sehr dankbar, dass es uns beiden gut geht, dass wir gesund sind. Das stimmt. Ich glaube, das darf man auch nicht verwechseln. Absolut. Das stimmt voll. Wir haben vor allem in den letzten Wochen, ist viel passiert bei uns, worüber wir auch dem Podcast jetzt heute so ein bisschen widmen, weil wir das die letzten Jahre sehr krass angestoßen haben, sehr krass gepflegt haben, gut aufgebaut haben und das ist uns mittlerweile sehr heilig. Und da lassen wir nur wenige Menschen rein oder geben auch die Empfehlungen ab. Das ist einfach unser Netzwerk. Darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen, weil auch immer wieder die eine oder andere Frage auch tatsächlich kam von dem Publikum. Unabhängig vom Podcast, wir kriegen ja auch so sehr viele Fragen, auch vor allem über deinen Account und da ist immer die Frage mit dem Netzwerk und wie kriege ich ein Netzwerk und dies und das. Darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen sprechen. Was bedeutet für dich ein Netzwerk? Steckt so viel drin. Beziehungsnetzwerk spinnen, Vertrauen, gemeinsam was Großes aufbauen, Sympathie, verstanden werden, Größe zeigen, Fehler eingestehen, Zuverlässigkeit, Loyalität, solche Punkte. Ich glaube, Netzwerk in einem Wort zu packen wird sehr schwer. Aber wir haben die letzten Jahre, glaube ich, eines echt gut gemacht, auch durch die Fähigkeit, die Fähigkeit des Direktkontakten, die Fähigkeit des Telefonierens, dass wir unglaublich tausende von Menschen auf der Straße eingesprochen haben. Ich glaube, wenn ich Bruno und Philipp und deine und Julia und seine Kontakte und so weiter noch hinzuzähle, dann sind es viele, viele tausend Kontakte. Und durch das Telefon natürlich unglaublich viele tolle Menschen dann zusätzlich noch kennengelernt, durch die Veranstaltung noch mehr an Menschen kennengelernt. Also ich glaube, ein Beziehungsnetzwerk hätte ich so wahrscheinlich durch einen normalen Vertriebsjob niemals kennengelernt. Und das macht mich auch in einer gewissen Hinsicht stolz. Da bin ich sehr, sehr dankbar, sehr demütig, dass ich sowas auch genießen darf. Und ich glaube, das Wichtigste bei einem Netzwerk ist dieses gefühlte, was könnte der Netzwerkpartner brauchen oder wie könnte ich ihm mit meinem Dasein weiterhelfen, dass er einen Benefit draus hat. Und wenn man das einmal verstanden hat, nicht nur, ich rufe jetzt an und brauche was, sondern was kann ich denn aktiv mal ihm geben, dann kommt aktiv auch wieder auf kurz oder lang was zurück. Voll. Also ich glaube, du hast den Nagel so ein bisschen auf den Kopf getroffen. Netzwerk ist was sehr Spannendes. Ich glaube, ich gehe mal so zurück, auch wieder hier die Parallele zu unseren Anfängen zu ziehen, weil jeder fragt, wie baue ich denn ein Netzwerk auf? Jeder denkt immer so, boah, das ist so, ihr habt es ja und es ist so, er hat zugeflogen. Ja, vielleicht auch zugeflogen, weil wir ja auch viel dafür getan haben. Wenn man halt auch selber ein bisschen fliegt, dann fliegt einem auch ab und zu, glaube ich, was zu. Aber jetzt kommt wirklich das große Aber ist dabei. Du wirst nie von Anfang an das perfekte Netzwerk haben. Es geht gar nicht. Und ich würde auch heute nicht sagen, dass wir das perfekte Netzwerk haben. Ich glaube einfach nur, dass wir unser Netzwerk stetig ausbauen, aussortieren und am Leben halten. Ich glaube, der große Unterschied ist, viele wollen netzwerken, nehmen aber nur, geben aber nicht und sind aber auch nicht bereit, so ein paar Prozent mehr zu geben und es am Leben zu halten. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, warum viele auch nicht in Netzwerke reinkommen, weil sie auch nicht bereit dazu sind, den Preis zu investieren. Manche Netzwerke kosten Geld. Also es gibt ja Social Networks, das ist auch ein Netzwerk an Leuten, die sind oft kostengünstig oder kosten wenig. Jetzt kann man jetzt Xing, LinkedIn und so weiter, die sind ja einfache Business-Netzwerke. Da kann man sich für 90 Euro im Jahr oder ich weiß gar nicht, was es kostet, kann man sich ja einkaufen. Dann kann man andere Unternehmer kontaktieren, die auch in den Network sind. Dann gibt es zum Beispiel andere Netzwerke, wo wir auch drin sind, in Unternehmer-Netzwerken, die kosten zum Beispiel hoch vierstellig im Jahr. Es sind aber wieder exklusivere Unternehmer drin. Dann gibt es zum Beispiel Netzwerke, da haben wir uns auch schon eingekauft, wie beim FC Bayern München im Business-Netzwerk, sind wir auch drin, haben da auch unsere Erfahrungen gesammelt und Kontakte gezogen. Das heißt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in Netzwerke reinzukommen. Weil ja auch immer wieder, so wie kommt ihr in die Kontakte, ja okay, wir sprechen halt viel an, klingt ja irgendwie in unserer DNA, dass wir Gott und die Welt einfach anquatschen. Aber so dieses Best-of-Netzwerken, würde ich sagen, kommt mit der Sicherheit, mit der Ausstrahlung, die du auch hast. Wenn du ganz am Anfang bist, arbeite dich hoch. Ich glaube, das ist wie in jeder Firma. Netzwerk ist auch wie eine Firma, du musst dich hocharbeiten, du musst dir auch erstmal Vertrauen schaffen. Und die Big-Deals und die großen Fische kriegst du nicht sofort. Warum denn? Warum soll dir einer einen großen Deal geben, wenn er dich noch gar nicht kennt und du dich noch gar nicht bewiesen hast im Netzwerk, oder? Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder zurückgehe, so 17 Jahre, vor langem, in einem Land vor unserer Zeit, oder wie hieß das? Little Foot und so. Ja, so ungefähr. Sorry, Seitensprung. Da war es so, ich habe auch gleich gedacht, so, ey, du musst mit den großen mitpissen, mit den großen Hunden. Und habe dann irgendwie gemerkt, ich habe mir da echt einen Schuh angezogen, der war acht Größen zu groß. Also wusste ich, den kann ich noch nicht bewegen. Ich hatte aber immer schon das Gefühl, eines Tages werde ich auch in diesem Kreis mitspielen können. Das hatte ich. Irgendwie der Samen war in dem Moment gesetzt und ich wusste, das geht irgendwann auf. Und heute zurückblickend, was du gerade schön gesagt hast, was viele oft wollen, man sagt ja nicht ohne Grund, die wollen bei den großen mitspielen, aber sie nicht, aber, ja, oder du willst auf der Erfolgswelle mitschwimmen, obwohl du nicht mal schwimmen kannst. Vielleicht so schön erklärt. Das heißt, du musst heutzutage dir einfach klar machen, was hat denn derjenige denn auch von dir? Und die meisten denken halt, ja, weil es nicht gut läuft, jetzt muss ich irgendwo schnell reingehen und schnell Kohle rausziehen. Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck eines Netzwerks, sondern Netzwerk heißt ja wirklich dieses, hey, ich spiel dir mal einen Ball zu und du mal mir. Und ich glaube, wir haben auch in München direkt, Grüße gehen nochmal raus, auch einen ganz tollen Menschen, der immer wieder uns Menschen zuspielt. Und wir spielen ihm wieder Menschen zu, wo wir ganz genau wissen, das ist ein Win-Win, also eine verbindende Lösung. Wenn ich aber merke, und das haben wir leider Gottes in der Vergangenheit auch schon kennengelernt, dass Menschen einfach nur hergehen und sagen, hey, ich sauge da jetzt mal. Ja, gib mir, hast du da noch einen Kontakt und hier noch einen Kontakt? Und irgendwann sind wir ja auch drauf gekommen, hey, das wollen wir einfach nicht, weil das ist einfach nur Aussaugen. Und ich glaube, wenn du solche Sauger hast, solche Energiesauger oder Geldsauger, die einfach schnell abgreifen wollen, da haben vor allem Menschen mit einem guten Mindset, mit einer guten Entwicklung, die haben darauf keinen Bock, weil die sagen, hey, da geht es gar nicht darum, schnell irgendwo reinzugehen, in so einen Inner Circle, sondern wir kennen auch einen Kontakt, auch wieder aus München, der ist zum Beispiel, und ich glaube, du weißt, wovon wir reden, ich weiß nicht, ob wir den Namen sagen dürfen, wir sagen ihn jetzt mal nicht, aber derjenige, der trifft sich mit ganz vielen Menschen, die autoverrückt sind. Jetzt weiß ich, wenn du meinst. Und dieser Mensch, hoffentlich hört er den Podcast, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Grüße gehen nochmal raus, dieser Mensch nutzt die Kontakte sehr gewinnend für sein Business, weil er weiß, da sind Leute drin, Leute, die sich solche Autos leisten können, die haben vermutlich auch das Geld, um später bei ihm Kunde zu werden, also nutzt er das und geht krass in Vorleistung. Genau, weil du musst ja auch erstmal so ein Auto für eine Viertelmillion oder so kaufen, unabhängig von finanzieren oder whatever, leasen, kostet ja Geld am Ende des Tages, das musst du dir auch leisten können. Also auch hier wieder ist halt ein anderes Gentil, wenn du da aufsteigen willst, kannst du nicht faken. Genau. Kannst du nicht faken. Genau, und wenn du da halt reingehst und ich sag jetzt mal, da ist halt ein gewisses Prestige, auch wenn vielleicht jetzt viele sagen, ja, Oberfläche und so weiter, ja, es gibt halt gewisse Bereiche und es ist doch cool, wenn sich da Leute drin sammeln, die da drin aufgehen und sagen, hey, ich finde es cool, eine geile Uhr zu haben, schönes Auto, egal was, also nicht da, wo derjenige drin ist, sondern allgemein mal gehalten, dann ist es doch völlig cool. So, und wenn du da halt reingehst und gefühlt eine Swatch am Arm dran hast und halt nur H&M trägst oder sonst irgendwas, dann sagen die sich, ey, nee, nee, passt für uns nicht. Ist halt so. So, das heißt, du musst halt in diesem Bereich, musst du dich einfach auch ein bisschen den Spielregeln anpassen und wenn du es halt nicht tust, wird es wahrscheinlich sehr schwer, in diesem Sektor einfach Fuß zu fassen. Richtig, ja. Stimmt, das hast du gut beschrieben, aber auch hier ist wichtig, Gleiches zieht ja auch irgendwo Gleiches an, das ist immer so. Also diesen Vertrauensverschrung, den kriegst du nicht einfach nur geschenkt. Also in diesem Netzwerken, also wir sehen es jetzt auch mittlerweile bei so Kundenevents, wo wir Kunde sind, kommen auch andere Kunden dazu, sind auch gleich gesinnt, wenn du heute auf einen Porsche-Treffen gehst, hast du ja irgendwo eine Gemeinsamkeit. Aber es heißt auch hier, im Netzwerk muss eine Gemeinsamkeit dastehen. Und die Gemeinsamkeit heißt nicht, wo kann ich am schnellsten möglich ein Geld verdienen dran, weil das checken die Leute auch. Funktioniert bestimmt auch in dem einen oder anderen, will ich gar nicht schlecht heißen, aber ich glaube nicht in der Langfristigkeit und in der Nachhaltigkeit auch hier. Denn zum Beispiel ja auch eine Investition getätigt, was jetzt auch nicht klein war, für eine Loge in der Allianz Arena. Aber die haben wir bewusst gemacht, zu Netzwerken. Da sind noch ein paar Firmen dabei, das haben wir nicht alleine. Aber das erste Ziel ist Netzwerken in dieser Loge. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil viele denken so, ja, ja, man geht da hin, schaut Fußball und so weiter. Nee, unser Ziel ist es nur für uns beide zum Beispiel. Die Loge muss nach dem dritten Spieltag refinanziert sein für die ganze Saison. Das ist unser Eigenanspruch an ein Netzwerk. Aber da geht jeder mit der Einstellung rein und das ist auch völlig okay, weil Business machen und Mehrwert die liefern, geht ja auch in Ordnung, wenn es auch nachhaltig ist, wenn man das auch mit sich vereinbaren kann. Und das ist auch wieder das Nächste. Viele kommen halt mit Schrott oder mit etwas, was es halt schon 20 Mal draußen gibt oder 100 Mal mehr. Also überleg dir auch wirklich gut, wenn du in gewisse Netzwerke reingehst, was für ein USP hast du, welches Alleinstellungsmerkmal. Wie präsentierst du dich? Wie präsentierst du dich? Auch, das kommt auch noch dazu. Aber als allererstes mal, was ist überhaupt dein Alleinstellungsmerkmal? Ja, wenn du jetzt sagst, du, ich habe mich spezialisiert auf Haftpflichtversicherungen. Schwierig. Gibt es halt schon ein paar in Deutschland. Wahrscheinlich irgendwie um die 50.000 Stück, bei denen du Haftpflichtversicherungen kaufen kannst. Also wirklich, dann überleg dir was in dem Bereich, wo du so einzigartig bist, dass man dich in diesem Netzwerk braucht. Weil ein Netzwerk ist auch wieder wie so ein Uhrwerk. Es funktioniert, weil es auch in dem Netzwerk an sich keine direkte Konkurrenz gibt, oder? Sondern jeder haut ja seinen Teil dazu, dass es auch funktioniert, das Netzwerk. Weil am Ende wird es heißen, in dem Netzwerk beispielsweise, ja, wenn es um Kommunikation, Firmentrainings, Verkaufstrainings geht, die Direktkontakte Mike-Maxi. Da überlegt man gar nicht. Und wenn da jetzt natürlich acht andere Trainer drin wären, würde das schon gar nicht mehr so funktionieren. Das heißt, du musst dir das eigene Netzwerk aufbauen. Ich bringe nochmal ein anderes, also es war erstens mega erklärt, auch nicht nur, weil du jetzt da sitzt, sondern ich bin es einfach, kriegst du nachher ein Profi. Danke mal. Sondern den Ansatz, den ich vielleicht auch mal mitgeben möchte, ist, wenn du jetzt mal schaust, Stand jetzt, wie viele Menschen kommen auf uns aktiv zu? Ein paar am Tag, ja. Ein paar am Tag, genau. So, früher kamen… Das waren sie schon nochmal. Früher kamen ein paar im Jahr. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil du dir über die Jahre ein Branding aufbaust. Du baust dir einen Namen auf. Und ich sage immer, du brauchst zehn Jahre, um dir einen guten Namen aufzubauen und genau fünf Minuten, um ihn zu zerstören. Da ist wirklich was Wahres dran, wenn man sich wirklich das mal bewusst macht. Bei uns siehst du von A bis Z, es zieht sich immer eine Handschrift durchs Unternehmen, wo du weißt, da steht Maxi und Maik drunter. Natürlich können die Verkäufer noch individuell, auch Bruno und Philipp, ihr Dinge einbringen, aber schlussendlich haben wir einen Rahmen. Und jetzt einfach mal wieder das durchzuspielen, wenn du das aufs Netzwerken überträgst, ist es immer ganz wichtig, A, was bringst du für ein USP mit ein, was ist dein Alleinstörungsmerkmal, was kannst du vor allem als Mensch, als Personality abbilden, was vielleicht viele da draußen nicht können. Und ich glaube, es ist wirklich dieses Gesetz der Anziehung oder höheres Ich oder sonst sowas, nennst es Law of Attraction, Secret, Secret, völlig egal, Higher Self, völlig egal, aber es geht um die Ausstrahlung. Das heißt, wenn du, anders, man sagt ja den Spruch, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wenn es gut läuft, läuft es noch besser. Ich sehe es aus eigener Erfahrung, wenn wir, wir geben extrem viel, weil ich sage, du, ich habe dir jemanden, ruf den mal bitte an. Oder hey, ich habe hier jemanden, der ist gut, der ist individuell, einzigartig in seiner Art, hör das mal an, es muss mal erlebt haben, was der Kerl macht. Oder die Frau, super. Dann hat dein Wort Gewicht und die Leute sagen, okay, dann ruf ich an. Das musst du dir aber erarbeiten. Das dauert Jahre, um sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, weil du erst mal schauen musst, wer ist um dich herum, wo du wirklich sagen kannst, hey, das sind wirklich diese, man nennt es ja High Roller, diese Leute, die wirklich Performer sind. Und ich meine jetzt nicht Performer am Hörer oder im Verkauf, sondern Performer, wo du sagst, unternehmerisch, das sind richtige Bretter, das sind Prachtlachse. Und da hast du vielleicht in deinem Netzwerk 10, vielleicht auch 15 Leute, wo du sagst, da hat es Wort Gewicht. Dann hast du aber auch viele Leute, die sagen, ich habe ein großes Netzwerk. Das ist nett. Viele Menschen kenne ich, die haben ein großes Netzwerk, aber jetzt kommt genau der Unterschied, die kennen sich nicht mal. Das ist wie bei Facebook. Ich habe viele Freunde, ich habe 4917 Freunde bei mir. Ich weiß, wie viele ich davon kenne, wahrscheinlich 10. wirklich gut, die ich wirklich gut kenne. Der Rest sind einfach nur weitestgehende Bekannte oder ich habe irgendwo mal jemanden kennengelernt, 98% davon. Die haben sich einfach mal mit mir vernetzt. Deswegen ist ja die Frage auch die Wertigkeit, was bedeutet für dich Netzwerk? Netzwerk ist für mich ein Begriff, wo ich sagen kann, das kann von, ich habe dich mal kennengelernt, das ist ein Netzwerk, der hat sich mal irgendwo drangehängt, bis hin zu Netzwerk, das ist hochwertig. Ich nutze das Gewinnbringend für meine unternehmerischen Tätigkeiten. Also ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Für mich bedeutet Netzwerk ein enger Kreis aus Menschen, die sich untereinander gewinnend bereichern, die sich auch was gönnen untereinander und vor allem gewinnend in eine ähnliche Richtung blicken. Also wo der eine sagt, pass auf, ich habe dir jemanden, weil ich weiß, du bist gut, du entwickelst dich weiter und ich sage, hey, pass auf, geh doch mal zu dem und dem hin. Und wir kennen ja auch jemanden, der im Juwelierbereich sehr erfolgreich ist, wo man sagt, hey, kauf doch bei dem die Uhr, weil der ist cool und dann haut man dem mal wieder so einen Stein oder wirft so einen Stein in den Garten und sagt so, hey, zu dem musst du mal hin, weil der ist echt gut. So, und da habe ich ja nicht im Hinterkopf, boah, ich muss da jetzt Kohle dran verdienen, 0,0, sondern ich mache das, weil ich es gern mache. Ich weiß aber, in allererster Instanz, wenn der Typ irgendwo auf der Rennstrecke irgendwo ist und sagt, hey, du, ich habe da ein paar Jungs, die sind echt cool, sind so zwei Typen, vom Arm und so, ja, was machen die? Kommunikation musst du dir mal anhören. Dann musst du ja nicht Einwandsbehandlung, Gesprächseröffnungstechnik machen, sondern sagt der Typ, gib mal die Nummer rüber, ich rufe da an, was kostet es, ich will das machen. Geil. Das ist wieder das Standing. Wenn du dir ein gutes Standing aufbruchst, einen guten Namen, das wollte ich vorhin noch kurz sagen, qualitativ hochwertig, wirst du immer empfohlen. Und ich glaube, das macht uns auch aus und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil wenn du ein gutes Netzwerk haben möchtest, musst du Qualität liefern. Richtig, ja. Richtig. Kann man nicht mehr dazu sagen. Warum machen wir es? Netzwerken, was würdest du sagen, ist für uns Top 1 Benefit? Was ist dein, ich schmeiße mal die Frage direkt zu dir zurück, was ist unser Benefit Nummer 1? Netzwerken. Warum? Weil es Spaß macht. Ich finde es auch, weil es Spaß macht. Weil sich Freundschaften bildet. Freundschaften bildet, ja, ist cool. Wenn so jemand herkommt und sagt, hey, also mir geht da ein Herz auf, weil ich habe zum Beispiel auch jemand, der macht für uns Hubspot. Wenn ich dem gern jemand weiter empfehle, dann mache ich das gern. Natürlich gibt er mir irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung was, zurück. Ja, in irgendeiner Art. Aber dann muss es halt im Vorhinein, und das haben wir bei ihm gemacht, dass man im Vorhinein einfach den Rahmen klärt und sagt, pass auf, das und das, und gut ist. So, und dann ist es auch in Ordnung. Im Nachgang zu kommen, und das ist übrigens ein riesiger Fehler, was wir früher auch gemacht haben, zu sagen, ja, ich habe gedacht, ich kriege jetzt noch Geld oder eine Empfehlungsprämie. Hey, wach auf, sprich es doch an, woher soll es der andere wissen? Und nicht, ich habe gedacht, sprich es an. Mir ist es wichtig, dass, können wir das abbilden, ja, nein. Und wenn es nicht so ist, dann wirst du nicht enttäuscht. Ja. Ja. Stimmt, ja. Aber, lass uns mal auf den Ursprung zurückkommen. Wie spreche ich Menschen an? Weil es werden viele sagen, ja, das ist alles cool, bei euch läuft das ja, aber wie kann ich jetzt Menschen ansprechen, damit ich irgendwie ein Netzwerk starte? Also in Form von, jetzt sagen wir mal, Lieschen Müller, macht zwar Network Marketing und irgendwas, aber du weißt, was ich meine, so eine Person, die komplett neu startet, vielleicht auch ins Business, wie kann die Menschen ansprechen oder wie schafft es sich, ein Netzwerk aufzubauen? Beweg dich in den Kreisen, wo du rein willst. Also heißt, als Tipp. Schau mal, wenn ich heute überlege, ich will in eine Loge mal beim FC Bayern reingehen. So, da muss ich mir doch Gedanken machen, okay, was muss ich in allererster Linie machen? Ich sollte am besten nicht zum Handballverein in dem Moment nach Stuttgart fahren, oder? Sondern ich sollte hergehen. Wäre gut, ja, wäre gut. Wäre gut, ich sollte hergehen und sagen, ich interessiere mich vielleicht mal für das, also ich gehe ins Stadion. So, lernt dort Menschen kennen. Jetzt muss ich überlegen, wo halten sich solche Menschen auf? Wahrscheinlich nicht auf den, ohne es böse zu meinen, auf den 10 Euro Plätzen, sondern die sind wahrscheinlich da drin, wo ein bisschen mehr Geld fließt. Also muss ich mir überlegen, kenne ich irgendjemand, der mir einen Kontakt aufmachen könnte zu diesem Bereich, dass ich zumindest mal ein Spiel genieße, das in Erfahrung bringen kann, zu schauen, macht es für mich Sinn, beziehungsweise fühlt sich das für mich stimmig an. So, wenn ich dann da drin bin, kann ich ja einfach mal Kontakte knüpfen. Wie war es bei uns damals? Bei der ersten Lounge, wo wir hatten, Basketball-Lounge war mit drin, sind in dem Moment immer wieder in Kontakt getreten. Mit einem tollen Bauunternehmer aus Nürnberg, Grüße gehen raus an Frank, ja, tolles Gespräch gehabt, war alles super und sind in dem Moment in Kontakt getreten und haben uns interessiert für ihn und irgendwann kommt die Frage bei solchen Menschen immer, hey, was machst denn du überhaupt beruflich? Und Netzwerken ist auch nicht dieses gleich, oh, wo kann ich am besten dem das Geld aus der Tasche ziehen? Dann haben wir festgestellt, dass wir sogar denselben Autoverkäufer haben. Genau. Das Netz erkennt sich schon und wir haben es halt irgendwie geschafft, das wieder zu schließen. Genau. Und ich glaube, das sind dann wieder diese Zufälle, wo das Leben dir Chancen anbietet, du musst sie halt nur ergreifen. Richtig. Und viele sehen das einfach nicht. Die denken sich, so, ich gehe jetzt mal rein, dann quatsche ich da eine halbe Stunde, dann wird mir einer hergehen und sagen, so, ich gebe dir einen 50.000 Euro Auftrag. So einfach geht es nicht. Warum auch? Warum, genau. Warum? Warum auch? Also ich glaube sogar, das kann man noch ergänzen. Und zwar, wenn du wirklich sagst, ich will mein Netzwerk aufbauen und ich will da rein, mach folgendes. Also erstmal USP überlegen. Was ist dein USP? Was bietest du anderen Menschen an, dass die dich in dein Netzwerk lassen? Dann überleg dich, überleg dir, wo sind die Menschen, mit denen du gerne ein Netzwerk hättest? Also, es gibt dir keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, du, ich bin totaler Veganer, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, wenn du bei McDonalds reingest. Webergrill. Bei Webergrill. Ja, obwohl, da gibt es ja auch Gemüse. Aber, du weißt, und ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Und überleg dir, wo sind die Menschen, mit denen du, oder wo du gerne hin möchtest, wo du gerne dich hin entwickeln möchtest, oder wo dein Netzwerk sein sollte, wo sind die Menschen? Gibt es ja wahrscheinlich irgendwie Spots. Machen wir es mal einfacher. Autoverrückte. Also, es gibt glaube ich in München, oder egal, wo man ist in Deutschland, Österreich, whatever, ist egal, gibt es Autotreffen. Geh in eine Facebook-Gruppe rein. Geh in eine Facebook-Gruppe rein. Schau auf Social Media. Die Leute kontakten sich ja, vernetzen sich ja. Tritt in Kontakt. Wenn ich kurz einwerfen darf, gehe ich auf eine Visitenkartenparty. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Also egal, wo jetzt die Reise hingeht, einfach mal so dieses im Kopf Visitenkartenparty, irgendwelche Netzwerktreffen. Was kann ich denn noch machen? Was kann ich noch machen, um an Kontakt dazukommen? Und dann schau, worum geben sich die Menschen, was machen die und was muss ich vielleicht tun dafür, damit ich in dieses Netzwerk reinkomme? Oder was muss ich tun dafür, damit ich in Menschen Kontakt trete? Wenn du jetzt auf einen Sportwagen treffen gehst und du kommst mit einem 30 Jahre alten Polo daher, ist vielleicht auf dem Sportwagen treffen nicht richtig. Dann schau vielleicht, dass du auf ein VW-Treffen gehst, wo alte Autos vielleicht auch gewürdigt werden oder so Oldtimer treffen. Das sind ja alles verschiedene Netzwerke. Ich versuche es einfach nur plagativ zu erklären, dass es vielleicht auch verständlich ist. Aber nicht zu erwarten, die kommen zu dir nach Hause. Das würde dir nicht passieren. Du musst dich da schon auch interessant machen. Dann kommt es auch. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt für diese Netzwerksache ist, erstmal nichts erwarten. Sein Ego runterschrauben. Genau. Ego runterschrauben, nichts erwarten. Also wir haben Netzwerke, da haben wir teilweise acht Jahre gewartet. Denkst, waren jetzt acht Jahre. Und dann ist es aufgegangen, aber so aufgegangen. So. Das heißt, erwarte nicht, schätze alles. Das hast du dir ja auch auf dem Erdnis schreiben lassen, wollte ich mal sagen. Henna-Tattoo. Hast du Henna-Tattoo machen lassen, genau. Und irgendwann kommt auch was zurück. Aber auch wichtig, Anfang reinbuttern, weil du kannst auch nicht wieder sagen, das habe ich glaube ich schon hundertmal gesagt in dem Podcast, du kannst auch nicht zu deinem Ofenheim hingehen und sagen, ich gebe dir erst Holz, wenn du Wärme gibst. Nee. Teile deine Kontakte, gib sie weiter, gib einfach mehr und irgendwann wird es auch kommen. Gib auch was zurück. Das heißt, auch wenn du eine Empfehlung bekommst, es passiert dann irgendwann ein Auftrag, gib auch was zurück ins Netzwerk. Es muss nicht immer gleich eine Beteiligung sein, aber vielleicht auch einfach mal so dankeshalber Geschenkkorb, eine Einladung zum Essen, was Gutes, wo der andere sich freut, wenn du weißt, keine Ahnung, der freut sich über, über, keine Ahnung, Olivenöl. Olivenöl anscheinend, ja, whatever, ist ja wurscht, keine Ahnung, der grillt gern zu Hause, schenke ihm irgendwann ein Grillzubehörer oder whatever. Aber ihr wollt einfach so dieses Gedanken machen, wo kann ich auch anderen eine Freude machen, weil dann kommt das auch im Leben zurück. Ich bin felsenfest von überzeugt. Ja. Vielleicht noch ein Ansatz, der ist für mich, also für mich persönlich ein ganz magischer Satz, wenn man, und der ist ganz simpel. Ich glaube, viele der Zuhörer oder Zuschauer werden jetzt gleich denken, super simpel. Wenn ich heute mit den Menschen spreche, einfach mal die Frage stellen, was kann ich für dich möglich machen? Simpel. Bumm. Wo kann ich dich unterstützen? Oder ich gehe hin, mache für einen Unternehmer, was fährt ich als Beispiel auf unsere Branche, wie er besser verkaufen kann und sage, okay, ich habe hier einen geilen Ansatz entdeckt für mich. Ich möchte gern, dass du mit der Information würdevoll umgehst. Ich würde es aber gern mit dir als erstes gern teilen wollen. Dann schenke ich ihm den Ansatz zu. und ich weiß, dafür könnte ich vielleicht mega viel Geld verlangen, aber ich weiß, dass derjenige damit direkt einen Mehrwert rauszieht, weil ich das selber schon ausprobiert habe. Was passiert? Der Mensch hat in dem Moment eine sogenannte Bringschuld. Es gibt die Hohl und die Bringschuld, psychologisch. Das heißt, in dem Moment eine Bringschuld und denkt sich, dem muss ich auch mal wieder was Gutes tun. Vielleicht nicht sofort, aber langfristig. Und wenn du immer sogenannte, ich nenne es immer Minenlegen. Ich bin immer wie so ein Minenleger. Und immer wenn ich wieder Minen lege, weiß ich, dass irgendwann irgendwo wieder eine Mine hochgeht. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dieses erwarte nichts, schätze alles, kommt irgendwann die Stunde, dass so viele Menschen auf dich zugehen und sagen, es ploppt überall auf und in dem Moment kannst du dich halt vor Kunden quasi nicht mehr retten. Und das finde ich geil. Das ist ja auch unsere Partner, Philipp und Bruno, die haben sicher auch über die letzten Jahre ihr Netzwerk so selber aufgebaut, was teilweise mit uns gar nichts zu tun hat, mit uns beiden als Personen. Wir haben wieder ein anderes Netzwerk. Aber auch hier sehen wir das einfach auch als Netzwerkpartner und da geben wir denen Kontakte, die geben uns Kontakte fürs Unternehmen. Das ist so spannend und ich glaube, man weiß eh nicht, was man nicht weiß, aber man, wenn man diesen Gedanken mal groß spinnt und sich auch so vorstellt, was daraus alles entstehen kann. Oh, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also ich würde sagen, fast alles. Vertrieb ist ein Dorf. Ja, fast alles, was wir haben, besitzen dürfen und auch erreicht haben, haben wir das meiste über Netzwerk irgendwie erquatscht. Ganz einfach von Ansprachen, Direktansprachen, frag doch einfach nach dem Motto und Netzwerk. muss man überlegen, wir haben durch Netzwerk, weil wir jemanden was Gutes getan haben, hat er uns damals den Kontakt zum Eric hergestellt. Eric Stand-Up, Face Reading. Toller Kontakt. Dann ist das Thema hergegangen, dann haben wir einen tollen Kontakt in die Schweiz bekommen. Zu einem Chiropraktiker, der so unglaublich gut ist, das kann man gar nicht in Worte fassen. Grüße gehen raus. Brutal. Dann haben wir durch Netzwerk damals, wie du sagst, über Jahre an einem Kontakt immer wieder festgehalten, Kontakt geknüpft, Mehrwerte geliefert, immer wieder uns ausgetauscht. Grüße gehen an Jörg raus, wo auf einmal dann wirklich sich auch eine tolle Freundschaft entwickelt hat, worüber ich sehr, sehr dankbar bin im Nachgang, was wirklich schön ist. Und das sind alles so Punkte, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern ich glaube tief und fest dran, dass die richtigen Menschen dann in dein Leben kommen, wenn du dazu bereit bist. und du die Größe dazu hast. Weil sonst kannst du ja mit den großen Hunden gar nicht umgehen. Ich hätte vor acht Jahren mit gewissen Menschen niemals umgehen können. Die wären für mich rein von der Persönlichkeit acht Nummern zu groß gewesen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen hält, dann denkt man sich, okay, vielleicht will das, das Leben spielt übrigens immer für uns, ohne jetzt zu sehr in diese Schiene reinzutriften. Sich einfach mal Gedanken zu machen, zum richtigen Augenblick kommen die richtigen Kontakte, die richtigen Menschen in deinem Leben. Da musst du die Chance ergreifen. Und ich glaube, das ist eine Kunst, diesen geschärft, dieses messerscharfen, diesen messerscharfen Verstand zu haben, scharfsinnig zu sein, finde ich übrigens ein schönes Wort, scharfsinnig zu sein, in dem Moment Gelegenheiten am Schopf zu packen. Das ist eine Kunst. Können viele Menschen nicht. Die sagen immer, ah, das Leben ist so schwer, nee, das Leben bietet dir gefühlt 800 Chancen und sie ergreifen keine, weil sie sagen, ja, morgen, morgen, ja, das war gerade nicht richtig. Auch spannend, wenn du auch heute irgendwas benötigst im Netzwerk, wenn du ein gutes Netzwerk aufbaust, selbst wenn du nicht direkt jemanden kennst, aber es ist irgendeiner drin, der irgendjemand kennt und du kannst alles lösen. Steckdosen, bestes Beispiel, unser neues Office, schwarzes Steckdosen. Du sagst, Kontakt, Autos, BMW, Kontakt, Porsche, Kontakt, Aston Martin, Kontakt, es gibt Loge Bayern, Kontakt, du willst ein CRM-System, Kontakt, du brauchst eine Uhr, Kontakt, du willst eine neue Designlinie, Mode rausbringen, Kontakt. Kontakt. Stimmt schon, es vereinfacht halt das Leben und das ist glaube ich, das verstehen auch wenige, dieses Leben. Bank, du brauchst zur Bank, Kontakt, da. Verstehst du, also das ist, es ist wirklich spannend, wenn man mal überlegt, in der Tiefe, ins Ausland, ins Ausland, genau, du willst günstiger fliegen, Kontakt. Ja, unser Netzwerk reicht von Amerika bis Dubai, bis fast schon weltweit. In Dubai, auch nochmal hier, Grüße gehen raus, du weißt, wen ich meine, zu Emra, ja, Kontakt, der einfach in dem Moment, von dem, zu dem, zu dem, zu dem, wo du ganz genau weißt, solche Menschen kannst du auch, auch unser Büro, genau, kannst du Standard, nochmal ganz kurz, kannst du auch Standard anschreiben, aber dann entwickelst du wahrscheinlich nicht die Tiefe, sondern das merkst du auch jetzt, du musst zu gewissen Menschen einfach lange dranbleiben, dich für die Menschen auch interessieren, das wollte ich vorhin noch sagen, was viele denn checken, interessiere dich doch mal für die Menschen, mach dir doch mal Gedanken, was in dem seine Bedürfnisse ist, Sehnsüchte, was macht er gern, was tut er gern, hat er Kinder, hat er Hunde, egal was, wenn ich mal, wenn ich mal ein bisschen, bisschen schlau mache, da gibt es von mir einen ganz einfachen Trick, den möchte ich heute nur sagen, weil sonst vergesse ich das nämlich wieder, wenn du ein Handy hast und den Kontakt einspeicherst, mache ich mir mittlerweile seit über, knapp 18 Monaten hast du die Gewohnheit, zu jedem Kontakt, immer, was du zuletzt mit ihm besprochen hattest, mach dir eine Notiz, nimm dir diese zwei Minuten Zeit, schreib auf, er hat zwei Kinder, die heißen so und so, die sind so und so alt, er hat gerade das erlebt oder er hat gerade den Rückschlag gehabt oder oder oder, du hast beim nächsten Treffen, gehe ich in den Kontakt rein, weil in der Reizüberflutung hast du oft gar nicht mehr das alles so im Kopf oder du verwechselst es, du deine Frau, wie geht es da Anna, du die heißt Bettina, ach so sorry, ja, das ist dann gleich mal so in den Punkt, Punkt, Punkt Haufen reingetreten, deswegen mach dir Notizen, schreib es dir auf und wenn du dann das stoppst, bei einem Gespräch, in der Loge, egal wo, dann sagen die Leute, alter der ist professionell, das ist, das ist Andersartigkeit, das sind die kleinen, feinen Unterschiede, das sind die kleinen, feinen Unterschiede und nicht dieses nur Totquatschen ist übrigens auch ein großes Problem, auch wenn ich jetzt gerade viel quatsche, aber gut, wir müssen irgendwas quatschen, das Problem ist bei vielen, die fragen mich immer, ja, wie ist es denn beim Verkäufe und so weiter, dann sage ich schon mal, man sagt ja nicht ohne Grund, der liebe Herrgott hat dir die Ohren gegeben, um zuzuhören, zwei Ohren, ein Mund, hör doch aktiv hin, hör doch aktiv hin, was der Mensch zu sagen hat, hol dir Informationen und das machst du nachher wieder zunutze, ja, eigentlich ganz simpel, es ist ganz simpel, aber wir gehen oft hin und denken, wir müssen oft erstmal diesen fetten Macker spielen im Netzwerk und sagen, wir sind ja der geilste Hecht im ganzen Spielfeld, auf dem ganzen Spielfeld, betrachte es doch einfach mal so, du bist derjenige, dem dem Spielfeld gehört, einfach mal die Betrachtungsweise verändern und guckst dir jetzt einfach mal die Spielfiguren an und schon verändert sich der ganze Blickwinkel zu der Sache. Auch Investments übrigens, gute Investments, finden auch die meiste Zeit über Netzwerk statt, also wirklich hier auch die guten Dinge, auch wieder, wenn du sagst, du sollst eine gute Immobilie kaufen, das meiste wird über Netzwerk verkauft, bevor das wirklich an den Markt rausgeht, wird über Netzwerk verkauft, warum auch, es wäre Quatsch, wenn du es direkt an dem allgemeinen Markt gibst, also wenn du hier auch sowas kannst, über Netzwerk am besten holen, Wohnungen, Häuser, wir haben zum Beispiel unseren Menschen, der öfters auch hier drin ist, der uns sportlich auch betreut und hier Tipps und Tricks mitgibt, der hat damals ja auch zu dir gesagt, hey Mike, beziehungsweise wir sind in den Austausch gekommen, hat er gesagt, hey, da ist eine Wohnung bei mir frei, beziehungsweise hier eine schöne Wohnung, Mike, wäre vielleicht für dich was, Netzwerk, kommst du nicht einfach so hin, der hat ein gutes Wort eingelegt beim Vermieter und deshalb habe ich die Wohnung bekommen. Ansonsten wäre ich einer von vielen gewesen, der hätte vielleicht gesagt, ja, ich melde mich dann bei Ihnen, ich habe noch 20 andere im Vorlauf, nee, Netzwerk, das ist die Kunst. Richtig, ja. Funktioniert immer, gute Autos oder günstige Autos bei Six bekommen, haben wir auch einen Kontakt. Genau. Netzwerk. Also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über das Thema sprechen. Ja, das wäre eine lange Liste auf jeden Fall. Also falls jemand mal einen Kontakt für irgendwas braucht, wir sind gerne offen. Seitdem kann man was Gutes bieten, also auch hier wieder für Netzwerk muss man sich qualifizieren. Also wir lassen heute auch nicht, also ganz, nicht jeden, die wenigsten lassen wir wirklich in unser Netzwerk rein, weil wir da sehr vorsichtig schützend mit umgehen, weil das auch so das Commitment ist bei uns, da liebevoll schützend mit umzugehen, weil nicht jeder, wenn ich manche Nummern an manche rausgeben würde, das wäre einfach, ja, wäre Quatsch einfach. Auch nochmal ein Ansatz, was ich auch schön finde, auch ein Netzwerkpartner schickt mir neulich einen Screenshot, schreibt hin, hey, der hat sich bei mir beworben für das und das Thema, der war, der wollte sich, also war interessiert an dem und dem Thema, ähm, kennst du den? So, dann habe ich gesagt, ja, super Kerl, ist auch bei uns schon Kunde, und so weiter und so fort, ja, super, alles klar, weiß ich Bescheid. Netzwerken, einfach mal kurz den Vertrauensvorsprung einsohlen, hey, passt das so, kann ich mit dem Kontakt auf dem, Laufenden halten, ist es für dich in Ordnung, auf dem Laufenden halten, und nicht nur, ich ziehe mir Kontakte, ziehe mir fett Kohle, und halte ich aber nicht auf dem Laufenden. Das habe ich in der Vergangenheit leider oftmals auch gemacht, und da bin ich mal ja auch nicht mehr. Wenn ich das merke, bei einem, sage ich, du, pass auf, gibt es einen Warnschuss, und danach sage ich, tschau, das war's, fertig, fertig. Ist einfach so. Du musst einfach auch sagen, im Vorhinein klar klären, das sind meine Grenzen, wenn die überschritten wird, lassen wir das Thema. Das ist auch okay. Dankeschön. Wenn ihr Fragen habt zu Netzwerk, dann schreibt uns mal wirklich an, also wir geben da auch gerne explizit Fragen, auch egal zu welchem Thema, schreibt uns wirklich an, schreibt Mike, schreibt mir eine persönliche Nachricht, oder an die Firmeninfo, Mail, Adresse, da geben wir euch auch gerne den einen oder anderen Tipp. Info at die-direktkontakte.de Richtig, und wenn ihr auch noch sagt, hey, wie heißt nochmal das eine Netzwerk, oder das andere Netzwerk, oder wo kann ich im Internet nochmal netzwerken, schreibt uns an. Also hier gibt es, geben da auch wirklich gerne Tipps raus, sollten wir auch irgendwas vergessen haben, wo ihr was zu ergänzen habt, dann gerne auch raushauen, dann hauen wir da gerne auch nochmal einen zweiten Podcast da wirklich durch. Und ansonsten, vielen Dank, Mike. Ich habe auch noch eine gute Frage vorbereitet, heute mal ein bisschen anderes. Was siehst du an mir, was ich selbst nicht an mir sehe? Deinen Bart. Denen sehe ich. Nicht so mal, sehe ich ihn. Naja, Spaß ist halt, ich muss überlegen. Oder in mir. Das ist echt eine gute Frage. Also ich will es nicht auf Äußerlichkeiten begrenzen, sondern eher auf eine Sache, die aus, oder von innen herauskommt. Ich glaube, die Größe, da bist du für mich schon persönlich, oder ich habe ein Bild vor mir, wo ich dich in zehn Jahren sehe. Das Bild möchte ich jetzt aber hier nicht sagen. Ist gut, vielleicht will ich es selber noch gar nicht hören. Es ist ein sehr schönes Bild. Es ist ein sehr schönes Bild. In zehn Jahren, wo ich ganz genau weiß, da bist du als Persönlichkeit. Ja. Dankeschön. Gerne. Folgt uns. Gebt uns eine gute Bewertung ab. Kommentiert gerne. Und freuen uns auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Und wir können teasern. Jetzt kommen bald die ersten Gäste in den Podcast. Wir freuen uns drauf. Seid gespannt. Die haben echt ein paar Knüller vorbereitet. Netzwerk. Passt ganz gut. Bis nächste Woche. Dankeschön. Peace. Ciao.